Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Marktbriefing bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Zu Beginn des heutigen Marktbriefings sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money versus Dumb Money und da müssen wir sagen, wir haben hier eine absolut neutrale Ausgangsposition für die kommende Handelswoche. Wir haben Smart Money bei einer Zuversicht von ca. 50 und auch Dumb Money, das heißt die beiden treffen sich hier genau in der Mitte und das wird heute auch das Thema sein für das Video. Wir müssen ganz klar zwei Szenarien auf dem Schirm haben. Wir haben jetzt gerade beim Nasdaq letzten Freitag nochmal einen massiven Shorts Quiz gesehen, knapp 3% im Plus. Wir sind jetzt auch einem ganz wichtigen Widerstand angekommen beim Nasdaq und sind jetzt bis in den Wochenchart überkauft. Das heißt, es spricht aktuell vieles dafür, dass wir vor einer Korrektur stehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, im aktuellen Marktumfeld mit diesem Momentum, was wir derzeit sehen, muss man dem Markt auch zutrauen, dass wir hier nochmal bullisch ausbrechen. Und auch das schauen wir uns heute an anhand von einigen Charts von wichtigen Einzelaktien, die so ein ähnliches Pattern in den vergangenen Wochen und Monaten uns durchaus schon vorgemacht haben. Haben wir das ganz klar auf dem Zettel. Der Markt ist hier aktuell buchstäblich an einer Make-or-Break-Situation. Und der Fokus liegt weiterhin ganz klar auf einem Sektor, den wir auch auf dem Kanal seit vielen Wochen ansprechen. Gerade zuletzt am Support haben wir wieder darüber gesprochen, es geht um SOX, es geht um die Halbleiter. Nvidia hat es ja geschafft, ein neues All-Time-High zu erreichen. Das hat dann auch bei AMD dafür gesorgt, dass man massiv bullisch ausgebrochen ist, jetzt aber auch sehr stark überkauft. Aktuell vor allen Dingen AMD, natürlich auch Nvidia und auch SOX ist aktuell stark überkauft, nachdem man letzte Woche massiv aus dem horizontalen Widerstand ausbrechen konnte. SOX, das ist der Halbleiter-Index und den seht ihr hier im Vergleich zum S&P 500. Und die Frage, die wir oben sehen, kann dieser aktuelle Hype um die Halbleiter, dieses Momentum, kann dieses Momentum hier auf den S&P 500 überschwappen? Denn wir sehen eindeutig, der hätte hier durchaus ein bisschen Aufholpotenzial. Wir schauen uns aber SOX heute bei den Live-Charts an, der ist jetzt stark überkauft, einen Pullback. Den schauen wir uns aber bei den Halbleiter-Aktien ganz genau an. Möglicherweise finden wir da vereinzelt sogar nochmal neue Long-Einstiege. Und der Halbleiter-Bereich kann auch definitiv ein Sektor werden, wo wir uns insbesondere mal Aktien in der zweiten und dritten Reihe anschauen. Ich habe euch vor einigen Tagen im Video mal die Semtech gezeigt, Aktie jetzt mittlerweile knapp 18% im Pluszeit im Video. Auch AT&S zum Beispiel finde ich einen Titel, der in dem Sektor sehr, sehr spannend ist. Was wir uns hier anschauen, sind eben die High-Beta-Aktien, also die Risiko-Aktien im Verhältnis zu den Blue-Chips. Und hier ist ein gleitender Durchschnitt drüber gelegt, der 20-Wochen-Schnitt. Und wir sehen, dass dieses Verhältnis zwischen den High-Beta-Aktien und den Blue-Chips, klar wir wissen, der Markt wird aktuell von sieben Aktien gezogen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir hier in diesem Verhältnis so stark überverkauft sind, wie wir es nur wenige Male waren in der Vergangenheit. Und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit haben wir es durchaus nochmal mit einer Phase jetzt zu tun bekommen, wo wir Gesamtmarktstärke sehen, aber auch wo wir eben übergeordnet auch Stärke dann sehen können bei den High-Beta-Aktien. Haben wir das mal so ein bisschen auf dem Zettel. Man muss jetzt hier nicht Hals über Kopf in die Aktien der zweiten Reihe reinspringen. Keine Frage, vor allen Dingen nicht bei Indizes, die so stark gelaufen sind. Weil natürlich, wenn Aktien zuletzt schwach performt haben im Rahmen von einer Korrektur, die Gefahr auch deutlich größer ist, dass diese Aktien dann nochmal überproportional hart abgestraft werden. Bei konstanter Marktstärke allerdings, wenn wir wirklich sehen, dass die Indizes stabil bleiben, stehen wir meines Erachtens durchaus auch vor einer Phase, wo diese Aktien deutliches Aufholpotenzial haben. Und Aufholpotenzial könnten auch zwei Sektoren haben, die aktuell durchaus überverkauft sind. Wenn du da Watchlist hast, dann macht es vielleicht mal Sinn, sich aktuell hier ein paar Titel aus diesen Sektoren anzuschauen, ob da möglicherweise was dabei ist. Wir haben einmal die Consumer Staples aktuell überverkauft am Support. Das sind Aktien wie Colgate, wie Procter & Gamble, wie Philip Morris, eben Artikel des täglichen Bedarfs, PepsiCo. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Versorger-Utility aktuell überverkauft. Muss aber ganz klar dazu sagen, das sind jetzt auch zwei Sektoren, die sind aktuell überverkauft. Keine Frage, da kann es auch jetzt jederzeit zu einem Bounce kommen, wo man sich dann möglicherweise auch Positionen freitraden kann bei interessanten Aktien. Es sind auch tatsächlich ein paar gute Dividendenzahler dabei, bin mir aber nicht sicher, ob diese Titel nicht mittelfristig, insbesondere wenn wir das Thema Rezession spielen, nicht möglicherweise sogar noch etwas mehr Downside-Potenzial haben. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Eine Region, die in letzter Zeit sehr, sehr gut lief, wie wir wissen, das ist Japan. Der Nikkei 225 ist ausgebrochen aus den Verlaufshochs, aus einem 5-Jahres-Hoch sind wir hier ausgebrochen beim Nikkei mit einer wahnsinnig extremen Rallye. Wir sind jetzt natürlich kurzfristig stark überkauft, keine Frage, aber wann immer wir in der Vergangenheit zuerst ein 1-Jahres-Tief gesehen haben und danach aus einem 5-Jahres-Hoch ausgebrochen sind, haben wir vor allen Dingen mittelfristig durchaus positive Renditen erwirtschaften können, gerade auch mit Blick auf ein bis drei Monate positive Märkte und gerade auch mit Blick auf zwölf Monate haben wir eine Wahrscheinlichkeit gesehen von 89% in der Vergangenheit, dass der Nikkei weiterhin positiv ist, sogar mit einer schönen zweistelligen Rendite. Und das ist natürlich mal Anlass dazu, dass wir mal eine Frage hier auch in den Raum stellen, würde ich das mal interessieren, dass wir mal ein Watchlist-Video machen, speziell zu Aktien aus Japan. Damit die Überleitung zurück zum US-Aktienmarkt, um den wir uns auch gleich bei den Live-Charts im Detail kümmern werden. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass das Brut-Call-Verhältnis auf Einzelaktien beim S&P 500 jetzt stark kollabiert ist. Zuletzt könnte also sagen, die Crowd, die Menge der Anleger sitzt aktuell stark auf der Long-Seite im Boot und wir wissen auch, dass gerne im Rahmen von Top-Bildungen das Brut-Call-Verhältnis sehr, sehr niedrig ist, dass man sozusagen am Top, am Longsten ist und wenn dann die Korrektur beginnt, dass man dann am Boden in der Regel stark Short steht und das müssen wir jetzt definitiv berücksichtigen. Ich muss aber auch ganz klar dazu sagen und darüber sprechen wir auch gleich bei den Live-Charts, das ist definitiv kein kurzfristiges Verkaufssignal. Das ist nur ein Warnsignal, dass zumindest hier die großen Short-Positionen jetzt für den Moment ausgequetscht sind, was es aber nicht ist. Und das muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist jetzt kein Signal, dass hier und jetzt zwanghaft mit der Rally unbedingt schon Schluss sein muss. Und ebenfalls nicht Schluss und kein Ende in Sicht ist bei der Anzahl an durchaus interessanten Grafiken, die wir zum Thema künstliche Intelligenz zugespielt bekommen. Zum aktuell des Goldman Sachs Global Economist Research Team ist der Meinung, dass das globale Wirtschaftswachstum in den kommenden zehn Jahren im Schnitt um circa 1,4 Prozentpunkte zulegen könnte durch das Thema künstliche Intelligenz. Und unten siehst du einige Länder aufgeschlüsselt nach Emerging Markets und Developed Markets und wie sie entsprechend hier der Meinung von Goldman Sachs nach vom Thema künstliche Intelligenz in Zukunft profitieren können. Damit kommen wir zu den Terminen für die kommende Woche und beginnen mit der Berichtssaison. Und da muss man ganz klar sagen, da sind wir jetzt in der sehr überschaubaren Phase der Berichtssaison angekommen. Wir haben Dienstag nachbörslich unter anderem die Zahlen von HP Mittwoch. Wird es durchaus spannend, da haben wir nachbörslich die Zahlen von Crowdstrike, Salesforce und C3 AI. Eine Aktie, die aktuell auch extrem gut performt, die natürlich auch auf der Welle der künstlichen Intelligenz hier voll mitschwimmt. Und am Donnerstag haben wir vorbörslich dann unter anderem die Zahlen von Bilibili und nachbörslich Lululemon und C-Scaler. Eine Aktie, die jetzt alleine im Mai um 60 Prozent gestiegen ist und da bin ich eben sehr gespannt. Die wurde initiiert, die Rally durch einen guten Vorausblick auf die Zahlen und das ist dann die große Frage. Wurde dann hier das Gerücht gekauft und wird die Tatsache möglicherweise verkauft? Bekommen wir hier bei C-Scaler möglicherweise nochmal einen Einstieg oder fliegt die Aktie dann komplett nach oben weg? Und die By the Rumors Sell the Fact Frage muss man sich auch meines Erachtens bei dem Thema Kampf um die Anhebung der Schuldendecke stellen. Denn wir haben gestern die Meldung bekommen, dass man sich hier offensichtlich sehr, sehr nahe gekommen ist bei den Verhandlungen, dass hier eine Entscheidung kurz bevor steht. Wir haben es an den Wochenend-Futures bei den Indizes auch gesehen, dass die durchaus positiv reagiert haben. Und ich bin, muss ich wirklich sagen, extrem gespannt, wie die Futures heute Nacht öffnen werden. Morgen, damit kommen wir zum Wirtschaftskalender für kommende Woche, ist Feiertag in den Vereinigten Staaten. Die Futures sind aber offen und da bin ich sehr gespannt, ob wir da eben Bewegungen erleben. Und vor allen Dingen auch wieder an der breite Markt, wenn Dienstag wieder voll gehandelt wird, wie entsprechend diese Daten am Dienstag dann eingepreist beziehungsweise verarbeitet werden. Am Dienstag bekommen wir auch das CB Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten am Mittwoch, dann den Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe in China, die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland, Verbraucherpreisindex in Deutschland. Hier wird nochmal mit einer Beschleunigung gerechnet, haben wir das bitte ganz klar auf dem Zettel auch eine Rede von Christine Lagarde am Dienstag und Verzeihung am Mittwoch. Und die JOLZ Stellenangebote, wichtige Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten. Am Donnerstag geht es weiter mit dem Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, dem Verbraucherpreisindex in der Eurozone, einer weiteren Rede von Christine Lagarde und dem EZB-Sitzungsprotokoll der letzten EZB-Sitzung. Auch die ADP-Beschäftigungsänderung bekommen wir am Donnerstag zusammen mit den wichtigen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Hier sind wir immer noch unter der wichtigen Schwelle von 50, haben wir das bitte auf dem Zettel bei den Dienstleistern, sieht es allerdings deutlich besser aus in den Vereinigten Staaten, da ist die Stimmung deutlich besser. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche unter anderem mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen, wichtiger Indikator auch für das Thema Inflation, den extrem wichtigen Non-Farm-Payrolls-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Da bin ich sehr gespannt, welche Zahl wir da am Freitag präsentiert bekommen und damit zusammen auch die Arbeitslosenquote. Und natürlich werfen wir auch im heutigen Marktbriefing einen Blick auf das aktuelle Sentiment und wenig Überraschung, der vielen Great Index steht bei 67 und damit wieder mitten im Bereich der Gier. Die letzte AA-II Sentiments-Befragung von vergangenem Donnerstag ist auch durchaus ein bisschen bullischer ausgefallen, da zeige ich euch aber gleich noch eine Grafik, die ich sehr beeindruckend finde. Wir haben jetzt immerhin 27% bullischer Marktteilnehmer, noch 32% neutraler Marktteilnehmer, aber immer noch 39% bärischer Marktteilnehmer. Das ist extrem hoch, das muss uns klar sein. Und das, obwohl die Märkte aktuell schon so stark steigen und da muss man sich immer übergeordnet fragen, ist dieses nach wie vor sehr bärische Sentiment. Obgleich einer durchaus extremen Rally am Markt kann das weiterhin ein Kontraindikator sein. Und die letzte YouTube-Umfrage ist auch durchaus bullisch ausgefallen. Hier haben wir sogar 42% bullischer Marktteilnehmer unter euch und nur 34% im Bärenlager und dafür deutlich weniger Neutrale mit 24%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier sehr gespannt, wie die Umfrage ausfallen wird, die wir mit dem heutigen Video natürlich wieder starten werden. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier den Kanal und schreib vor allen Dingen auch einen Kommentar unter das Video. Und hier schauen wir uns jetzt die Grafik an, die ich gerade angesprochen habe. Der Sentiment-Trader wertet nämlich auch diese AAII Sentiments-Befragungen aus. Und hier haben wir jetzt mal rein das bullische Lager, also hier nur mal die bullischen Umfrageergebnisse. Und ihr seht schon auf der rechten Seite, wie stark komprimiert das ist an der Downside und vor allen Dingen, welche große Lücke wir nach oben haben. Seit vielen Monaten gab es keine Umfrageergebnisse mehr mit mehr als 40% bullischer Marktteilnehmer. Wir haben hier unten nochmal einen gleitenden Durchschnitt drüber gelegt, nämlich den 100er gleitenden Durchschnitt. Nur jetzt über die Umfrageergebnisse der Bullen. Da muss man sagen, zurück bis in die 80er Jahre war dieser gleitende Durchschnitt noch nie so stark nach unten gedrückt wie aktuell. Man könnte also sagen, das Sentiment der Kleinanleger, denn darauf bezieht sich AAII ist nach wie vor stark überverkauft. In anderen Worten, was das Sentiment angeht, zieht mir das hier aktuell zumindest nicht nach dem Top einer Bubble aus. Was definitiv nicht heißt, dass wir nicht möglicherweise sogar vor einer größeren Korrektur, möglicherweise sogar vor dem Ende der aktuellen Aufwärtsbewegung stehen. Und darüber sprechen wir gleich, wenn wir die Indizes behandeln, welche Szenarien hier denkbar sind und kommen zur Chartanalyse. Wir beginnen mit dem US-Dollar-Index, der jetzt hier aus diesem Abwärtstrend, wie ich ihn eingezeichnet habe, hier von diesen Tops, die wir gesehen haben, im September, im Oktober, aber auch nochmal im November sind wir jetzt ausgebrochen für den Moment. Was ich aber noch viel interessanter finde, wir sind jetzt auch von dieser letzten Downside aus dem 61er und 65er Fibonacci ausgebrochen. Und die Kerze am Freitag ist auch sehr, sehr spannend. Eine Doji-Kerze, so richtig weiß jetzt der Markt noch nicht, was er mit diesem Ausbruch beim US-Dollar anfangen soll. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir Preisalarme setzen beim Dixi unter 103,7. Wenn wir sehen, dass das Tief dieser Doji-Kerze bricht, dann kann das hier auch ein Top sein nach dieser Rally und der US-Dollar-Index hier in eine weitere Schwächephase übergehen. Und wenn wir das Ganze uns an den Fibonacci-Levels anschauen, müssen wir ihm aber auch ganz klar die Chance geben, hier bullisch auszubrechen. Und wenn diese Konsolidierungskerze am Freitag bullisch aufgelöst wird, dann ist mein Ziel für den Dixi hier ganz klar zu suchen. Auch nochmal bei circa 0,4 bis 1,2 Prozent Upside, denn dann haben wir ganz klar die 200-Tage-Linie auf dem Schirm hier als Korrekturziel, beziehungsweise als Ziel für die Rally, wo wir dann mit einer Korrektur rechnen. Und da sehen wir auch, das wenn wir nach links schauen, das war in der Vergangenheit auch immer wieder ein Level, wo der US-Dollar-Index reagiert hat. Haben wir das mal auf dem Zettel. Potenziell, muss ich ganz klar sagen, potenziell bullischer Breakouts beim Dixi. Und damit auch potenziell bärischer Breakdown beim Exi, beim Euro-Währungsindex. Und hier möchte ich ganz klar, dass wir weiterhin auf diesen Abwärtstrend achten. Der wird immer wieder getestet im Rahmen von dieser aktuellen Korrekturphase im Euro. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich verhalten wird, wenn wir hier einen Breakout erleben. Aktuell sind wir von der gesamten Euro-Rally, die Ende September begonnen hat, erst am 23. Fibonacci. Also der mildeste von allen denkbaren Rücksetzer nach dieser sensationellen Rally beim Euro. Und wenn wir hier nochmal eine Etage tiefer gehen, dann sehen wir hier auch eben die kritische Supportzone. Demnach eben auch die kritische Widerstandszone beim US-Dollar-Index. Und hier dann eben passend auch die 200-Tage-Linie. Machen wir uns durchaus mal darauf befasst, dass wir hier möglicherweise noch eine Fortsetzung sehen können von dieser Bewegung. Dass hier möglicherweise wirklich im Dixie als Widerstand und im Exi als Support die 200-Tage-Linie getestet werden könnte. Und vom wichtigsten Währungspaar kommen wir zum wichtigsten Thema an den Märkten, nämlich dem Thema Liquidität. Und schauen uns hier unseren Chart an der wichtigsten globalen Notenbanken. Die EZB, die FED, die Bank of Japan und die People's Bank vor allen Dingen auch. Of China spielt hier rein und da müssen wir ganz klar jetzt zwei Dinge beobachten. Und das sieht ja auch so ein bisschen aus wie beim US-Dollar-Index, nur inverse dargestellt. Und zwar haben wir jetzt hier bereits die Situation, wo wir uns zu wichtigen Supports nähern bei der globalen Liquidität. Und das müssen wir ganz genau beobachten. Wir haben hier gesehen im März 2023, da war Support erreicht und danach ging es massiv nach oben. Da wurde global Liquidität ins System gepunkt. 1,1 Billionen US-Dollar. Jetzt aktuell sind wir unter der 200-Tage-Linie und das jetzt bereits seit einigen Tagen. Die Liquidität ist hier auch überverkauft. Und diesen Chart müssen meines Erachtens auch vor allen Dingen Leute ganz genau im Blick behalten, die sich für den Hang Seng interessieren. Ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, um beim Hang Seng die Stärke zu sehen, brauchen wir einen Breakout hier bei der globalen Liquidität. Aber natürlich nicht nur für den Hang Seng, sondern auch für die US-Indizes ist die globale Liquidität von entscheidender Bedeutung. Aber auch die Liquidität der FED. Und da sehen wir in den letzten Wochen stark steigende Liquidität. Vor allen Dingen auch am Freitag einen Impuls. Und jetzt haben wir die Bilanzsumme der FED auch über der 200-Tage-Linie. Da sind wir zuletzt abgeprallt. Da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, ob jetzt hier möglicherweise dann zusammen mit den Märkten hier noch ein sogenanntes Blow-off-Top rauskommt. Dass die FED wirklich nochmal ein bisschen weiter reinpumpt. Dass die Indizes S&P 500 und Nasdaq möglicherweise sogar oben noch Kursziele abholen, über die wir gleich sprechen. Bevor es dann möglicherweise am Top der Range der Liquidität, die in den letzten Monaten perfekt respektiert wurde, wieder dazu kommt, dass die FED Liquidität aus dem System entzieht. Und damit natürlich die Märkte auch in eine Korrektur stürzt. Wir sehen also, es bleibt weiterhin ein Handelsjahr, wo wir auf so viele Indikatoren und Faktoren wie möglich achten müssen. Und einer dieser Faktoren ist natürlich ganz klar die Out-Performance von Tech gegenüber Old Economy, wenn man so möchte, gegenüber Value. Und das kann man sehr schön darstellen, wenn wir uns den S&P 500 mal geteilt durch den Nasdaq anschauen. Also wann immer dieser Chart steigt, haben wir eine Out-Performance des S&P 500, also des Breitenmarkts, über den Tech-Index, über den Nasdaq. Und wann immer dieser Chart fällt, haben wir eine Out-Performance des Nasdaq. Und ich denke, das Bild ist vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen rauszoomen, eindeutig, was die letzten, muss man sagen, 10 bis 15 Jahre hier gespielt wurde. Ganz klar Tech-Dominanz gegenüber dem S&P 500. Und ich hatte diesen Chart schon mal dabei vor einigen Wochen, haben wir übergeordnet darauf hingewiesen, dass wir möglicherweise vor einer gewissen Korrektur stehen bei Tech. Das war hier auch der Fall im April. Da gab es eine kurze Out-Performance vom S&P 500 gegenüber dem Nasdaq, aber an der 200-Wochen-Linie von dieser Ration sind wir abgeprallt. Und damit nimmt natürlich jetzt hier auch diese potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation definitiv vormann. Und jetzt siehst du, was passiert, wenn du durch die Nackenlinie brichst. Wir haben eine massive Out-Performance wieder von Tech gegenüber dem S&P 500. Und man muss ganz klar sagen, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir uns jetzt hier, und man sieht durchaus, dass dieser Chart technisch reagiert. Wenn wir uns jetzt hier mal das Ziel anschauen, dann sehen wir, dass es definitiv im Bereich ist von neuen All-Time-Lows. Hier siehst du die Out-Performance von 2000 im Rahmen der Dotcom-Bubble. Da sind wir bereits wieder drunter. Das heißt, die Tech-Out-Performance aktuell ist sogar dominanter als 2000. Und wir sehen hier, dass das Ziel dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation definitiv auf neuen Tiefs liegt. Das heißt, demzufolge kann diese Out-Performance von Tech über S&P 500 hier definitiv noch weitergehen. Und das könnte weiterhin auch den Halbleitern in die Karten spielen. Und damit schauen wir uns den SOX an. Das ist der Philadelphia Semiconductor Index. Und der ist jetzt hier ausgebrochen. Nicht nur aus dieser wichtigen horizontalen Widerstandszone bei ca. 3.220 Punkten, sondern, und das ist wichtig, das haben wir jetzt häufig gesehen in den letzten Wochen und Monaten, Microsoft, Nvidia, um nur zwei Beispiele zu nennen. Denn wir sind jetzt hier auch von der gesamten Downside ausgebrochen aus dem 61er und 65er Fibonacci. Und wir haben gelernt, dass das ein bullisches Signal ist. Insbesondere stark überkauft. Keine Frage, hier kann jetzt eine Konsolidierung kommen. Die wäre hier sehr, sehr gesund. Aber insbesondere ein bullisches Signal, wenn wir sehen, dass es danach die Bären nicht schaffen, den entsprechenden Markt wieder unter das 61er und 65er zu brechen. Also nehmt mal bitte aus dieser Analyse mit. Für den Moment haben wir bei den Halbleitern hier einen massiven Breakout gesehen. Und den haben wir auch vor vielen Wochen beim FANG-Index gesehen, als wir im März darüber gesprochen haben, dass wir hier möglicherweise vor einer Fortsetzung dieser schönen Rallye sehen, der FANG-Aktien, die am Jahresbeginn ihren Anfang genommen hat. Und das Ergebnis ist bekannt. Wir haben im letzten Marktbriefing schon mal darüber gesprochen. Wir hatten eine ca. 16-17-prozentige Rallye. Und ich hatte dort in Aussicht gestellt, wir waren an einem wichtigen Ziel angekommen, am 50er Fibonacci, der gesamten Downside. Wir hatten hier auch eine Reaktion gesehen. Aber der Verkaufsdruck ist so gering bei FANG aktuell, dass wir hier ausgebrochen sind. Und dieser Shortsquiz sich hier fortsetzen konnte. Jetzt sind wir bereits wieder knapp 6 Prozent im Plus. Und das Kursziel, worüber wir gesprochen haben, was ich hier möglicherweise noch in Aussicht gestellt habe, ist hier bereits fast wieder abgearbeitet. Die FANG-Aktien, und das ist so kritisch, sind jetzt nahezu, zusammen mit dem Nasdaq, nahezu am 61er und 65er Fibonacci angekommen. Der gesamten 2022er Downside. Und das ist hier aus vielerlei Gründen extrem kritisch. Das ist hier der prädestinierte Punkt für Gewinnmitnahmen, auch mal für eine größere Korrektur, in dessen Rahmen wir uns dann natürlich auch die Aktien anschauen für Einstiege. Keine Frage, aber wir haben es jetzt bei genug Aktien gesehen. Wir schauen uns gleich Microsoft an, was dort passiert ist, als die Aktie aus dem 61er und 65er Fibonacci ausgebrochen ist. Nicht nur sitzen hier nochmal in der Regel eine ganze Menge Anstops von Short-Positionen. In der Regel beginnt über dem 61er und 65er Fibonacci dann auch so richtig die FOMO reinzukicken, die Fear of Missing Out und in der Regel beschleunigt sich so eine Aufwärtsbewegung dann auch nochmal drastisch, wenn man aus diesem Level ausbrechen kann. Primär-Szenario, muss ich aber ganz klar dazu sagen, ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mein Primär-Szenario ist, dass wir jetzt nach dieser massiven Rallye hier durchaus auch mal eine Korrektur verdient hätten. Damit kommen wir zum Nasdaq und den schauen wir uns im Wochenchart an. Und da können wir als erstes schon mal sagen, der Nasdaq ist jetzt bis in den Wochenchart überkauft. Aktuell Wochen RSI bei 70 angekommen. Da muss ich aber ganz klar dazu sagen, das ist kein sofortiges Verkaufssignal. Das ist nur ein Signal, dass hier massives Momentum drauf ist. Und dass wir aber definitiv auch vor allen Dingen dann im Tageschart auf gewisse Pattern achten, die uns möglicherweise dann einen Top anzeigen. Und wenn wir es jetzt in diesem Momentum, in diesem überkauften Umfeld mit einem Doppeltop zu tun bekommen, dann ist das meines Erachtens auch eine Indikation, dass hier eine schärfere Korrektur bevorstehen kann. Wir schauen uns aber auch noch gleich den Microsoft-Chart an, was bei Microsoft passiert ist, als wir aus dem kritischen 61er und 65er Fibonacci der gesamten 2000 und 22er Downside ausgebrochen sind. Und genau dort ist der Nasdaq jetzt angekommen. Haben wir das bitte ganz genau auf dem Schirm, wo wir hier angekommen sind? Das ist der neureigische Punkt, das ist im Jahr 2000 und 2001 auch der Punkt gewesen, wo wir nach dem ersten Abverkauf, die Rally ging genau ans 61er und 65er Fibonacci und danach ist der Nasdaq komplett in sich zusammengefallen. Das müssen wir auf dem Zettel haben, das ist ein neureigischer Punkt und der Markt kennt diesen Punkt auch. Aber mein Primärszenario ist aktuell definitiv kein Kollaps hier beim Nasdaq. Man muss sogar ganz klar hier ins Kalkül nehmen, dass wenn es der Markt hier schafft, und deswegen schreibt ihr ganz klar diese beiden Marken auf 14.354 Punkte. Das ist das 61er Fibonacci und 14.557 Punkte, das ist das 65er Fibonacci. Und wenn es der Markt schafft, den Nasdaq hier ausbrechen zu lassen, dann müssen wir über Kursziele sprechen von 15.000 bis 16.000 Punkten. Das werden wir dann definitiv auch in den täglichen Videos tun. Habt ihr das schon mal auf dem Zettel, dass Microsoft genau diese Bewegung gezeigt hat, dann hier ausgebrochen ist, sogar mitten im Gap nach oben und mittlerweile am 88er Fibonacci steht. Schauen wir uns gleich an. Und zwar vor allen Dingen in einer sehr kurzen Zeit ist das passiert, weil in der Regel hier nochmal eine Menge an Stopsitzen von Short-Positionen und auch über dem 61er und 65er Fibonacci dann die FOMO, die Fear of Missing Out, richtig beginnt reinzukicken am Markt. Müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben, aber bitte auch, dass der Nasdaq hier überkauft ist und wir werden den und deswegen bleib definitiv dran auf dem Kanal und lass direkt dein Abo da. Da schauen wir uns natürlich jetzt in den kommenden Handelswochen ganz genau an und Handelstagen vor allen Dingen, wenn wir hier in dieser Zone sehen, dass wir ein Topping-Pattern bekommen im Tageschart. Weitwegen jetzt hier nochmal einen Impuls rein, Rücksetzer und dann ein tieferes Hoch. Das ist meines Erachtens eine Indikation da, dass der Tech-Bereich der Nasdaq und damit vermutlich auch der Gesamtmarkt vor einer Korrektur steht. Und hier sehen wir jetzt die Microsoft-Aktie mit ihrer bestechenden Ähnlichkeit zum Nasdaq. Du hast hier übergeordnet die Downside von 2022, die Rally. Du hast das gleiche Fibonacci eingezeichnet wie beim Nasdaq gerade und du siehst, was der Markt hier bei der Microsoft-Aktie mit dem 61er und 65er Fibonacci veranstaltet hat. Es hat ihn nicht interessiert. Wir sind einfach durchgebrochen mit dieser Wochenkerze und danach hat sich die Rally auch nochmal so richtig parabolisch beschleunigt. Haben wir das ganz klar auf dem Zettel. Wie gesagt, es ist nicht mein Primärszenario für den Nasdaq zum jetzigen Zeitpunkt. Überrascht, wenn wir ausbrechen und sich die Rally danach nochmal so richtig beschleunigt, dürfte man im Zweifelsfall aber auch nicht sein. Dazu passend schauen wir auf den S&P 500, der uns am Freitag den höchsten Tagesschlusskurs gezeigt hat seit dem August 2022 mit einem Tagesschlusskurs von 4.205 Punkten. müssen wir auf dem Zettel haben und wir nähern uns jetzt hier beim S&P 500 nicht nur dieser extrem spannenden Kurslücke und deswegen hab bitte deine Preissalarme bei 4.225 bis 4.200 und 28 Punkte. Wir machen dann hier ein kritisches Gap zu, was wir geöffnet haben damals im August am Top der letzten Bärenmarkt-Valley, als wir dann massiv kollabiert sind. Dieses Gap schließt der S&P 500 bei 4.228 Punkten. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir hier ein weiteres Mal auch das Top von diesem Übergeordnet sehr gut respektiert. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, Übertreibung nach oben, Übertreibung nach unten, vor allen Dingen auch die Preiskorrelation im Jahr 2020 ist sehr, sehr hoch und vor allen Dingen unsere Supports einmal letztes Jahr im Juni und vor allen Dingen dann hier zum Jahreswechsel und im März auch am Top ein sehr gut respektierter Trendkanal. Und dort sehen wir dann auch am Top, ich rechne dann hier mit Gewinnmitnahmen, schließe aber nicht aus, dass der S&P 500 hier auch noch in einem Anflug von Stärke kommende Woche potenziell bis zu 2,5% Abseite haben kann an ein Kursziel von circa 4.300 Punkte und damit auch sein 61er Fibonacci abholt. Und dann würde sich hier ein sehr schöner Kreis schließen für eine potenzielle Korrektur in die Richtung der 4.000 Punkte. Haben wir das auf dem Zettel? Auch hier definitiv finden wir aktuell keine frischen Long-Positionen mehr. Zeit für Gewinnmitnahmen ist meines Erachtens hier angezeigt. Und insbesondere, wenn wir jetzt noch weitere Stärke erleben beim S&P 500, muss man zwangsläufig im Bereich zwischen 4.220 und 4.300 Punkte hier am Top von diesem Trendkanal extrem vorsichtig werden. Und einen Funfact zum S&P 500 gebe ich euch auch noch mit auf den Weg. Wenn wir am Mittwochabend, also zum Monatsende, über 4.164 Punkten stehen sollten, dann bekommen wir einen Monatsschluss über der 20-Monatslinie. Und ich habe euch auf der linken Seite mal eingekreist, das Jahr 2003 und das Jahr 2009, nämlich nach der Finanzkrise und nach der Dotcom-Bubble, musste der S&P 500 aus der 20-Monatslinie ausbrechen, um den Bernmarkt zu beenden. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Das würde aber im Zweifelsfall auch bedeuten, wenn das jetzt gerade ein Fake-Out ist aus der 20-Monatslinie, dass wir möglicherweise mit einer Top-Bildung bei den aktuellen Kursen auch wieder zurück sein könnten im Bernmarkt. Und damit zu unserem Sorgenkind unter den Indizes zum Russell 2000 übergeordnet, haben wir hier möglicherweise ein wunderschönes Doppelboden-Pattern. Letzte Woche gab es hier nochmal einen Schreckmoment. Wir sind auch durch diesen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen, hatten auch Tagesschlusskurse hier vor allen Dingen am Donnerstag unter der 20er und unter der 50-Tage-Linie, aber wir sagen es immer wieder, es ist nicht die erste Preis-Action, sondern was der Markt daraus macht. Wir haben jetzt am Freitag durchaus ein interessantes Reversal gesehen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, so richtig Bullish auf den Russell werde ich jetzt erst, wenn wir hier wirklich aus dem Rücken ausbrechen von diesem potenziellen Dragon-Pattern. Und dazu musst du den Scheitelpunkt des B rausnehmen. Das heißt, wir brauchen hier meines Erachtens, um wirklich auch bei Small Caps richtig hinlangen zu können, brauchen wir den Breakout aus der 200-Tage-Linie. Und damit ist der Russell für mich erst wieder so richtig spannend und interessant. Über 1820 Punkte dann aber richtig, denn dann hat er hier nochmal kurzfristig Upside-Potenzial und bis zu 5 Prozent, möglicherweise sogar mehr. Und das würde dann gerade auch den so extrem abgestraften Small Caps unglaublich in die Karten spielen. Das beobachten wir jetzt hier ganz genau. Kritisch sind jetzt Kurse beim Russell unter 1764 Punkte. Und sehr, sehr kritisch wären hier neue lokale Tiefskurse unter 1740. Möchte ich auf gar keinen Fall sehen beim Russell, denn das ist hier ein sehr empfindlicher Index. Und der ist vor allen Dingen auch im technischen Vergleich sehr, sehr schwach unterwegs zu den weiteren Indizes. Und das eben relative Schwäche, sollte man immer ganz genau beobachten, weil das auch eben in der Regel dann der erste Index ist, der Breakdowns verzeichnen würde und damit eben Warnsignale geben würde. Habt den Russell ganz weit oben aktuell auf eurer Watchlist. Kurse über 1811 Punkte, extrem bolig, auch für den Gesamtmarkt. Kurse unter 1745 Punkte wäre dann durchaus eher ein Warnsignal. Wir kommen zum DAX und beim DAX muss man ganz klar sagen, keine Kurse mehr unter 15.700 Punkte. Denn ansonsten beschleunigt sich dieser Abverkauf, den wir gesehen haben von den All-Time-Heiß nochmal. Denn das war hier jetzt eine sehr starke Downside. Jetzt haben wir am Freitag aber eine ebenso starke Reversal-Kerze gesehen. Die 50-Tage-Linie wurde hier extrem gut gekauft. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Reversal-Kerze vom 20. März, die meines Erachtens in die Geschichtsbücher eingehen wird. Mit 4% Intraday-Reversal und danach eben die Rallye ausgelöst, die auch neue All-Time-Heiß abgeholt hat. Haben wir das mal ganz klar auf dem Zettel so richtig loslassen. Wollen die Bullen hier noch nicht. 50-Tage-Linie aggressiv gekauft. Freitag auch Schlusskurs über der 20-Tage-Linie. Und hier ist jetzt definitiv Verkaufsdruck drauf gewesen. Wenn sich das nach oben auflöst, neue All-Time-Heiß. Und zwar richtige, echte neue All-Time-Heiß. Auch mit Kursen 17.000, möglicherweise 18.000 Punkte. Da sprechen wir aber meines Erachtens bitte erst drüber, wenn der DAX auch auf jeden Fall diese Aufwärts-Trend-Linie zurückerobert hat. Und frische Long-Positionen hier in diesem Bereich schwierig, muss ich ganz klar sagen. Was allerdings interessant ist, wenn der Index ausbrechen sollte auf echte neue All-Time-Heiß. Und wenn wir dann sehen, dass was zuvor hier so knallhart wie der Widerstand war, nämlich dieser kleine, zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, Fake-Out auf neue All-Time-Heiß. Wenn diese Levels um 16.300, 16.330, wenn das danach zum Support wird, hat der DAX meines Erachtens durchaus Upside-Potenzial. Muss man aber auch ganz klar auf dem Zettel haben, wenn du jetzt hier nach dem Rücksetzer 50%, 61% der Downside dir zurückholst. Ganz genau beobachten, wenn du Schwäche siehst beim DAX hier um die 16.000, möglicherweise 16.050 Punkte. Definitiv potenziell eher nochmal ein Einstieg sogar für die Short-Seite. Kursziel sehe ich dann eben für die Fortsetzung der Korrektur, wenn sich dieser erste Impuls nochmal anhängt hier im Bereich zwischen 15.500, möglicherweise eine 15.000. Jetzt kommen wir zum Hang Seng Index und das ist aktuell so ein bisschen mein Geheimfavorit. Ich habe auch definitiv die chinesischen Tech-Aktien sehr, sehr weit oben auf meiner Watchlist und bin hier auch schon dabei, Positionen aufzubauen. Denn mir gefällt das Pattern sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen Sorge, weil diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, über die wir hier schon seit vielen Wochen sprechen, jetzt mittlerweile immer mehr auf dem Schirm haben. Und das macht dann so ein Pattern auch anfällig, dass es eben nicht eingehalten wird. Und deswegen müssten wir auch im Zweifelsfall einen Fake-Out unter diese 18.000 Punkte definitiv auf dem Zettel haben. Das müssen wir uns dann ganz genau anschauen, wobei ich dann drunter extrem vorsichtig werden würde, kurzfristig, weil eben der nächste technische Support dann wieder erst da wäre im 16.800er Bereich. Aber wenn das ein Fake-Down werden würde und hier dann eben entsprechend die Kapitulation stattfinden würde, hier dann die schwachen Hände abgeschüttelt werden, dann wäre das die perfekte Bärenfalle, um dann wirklich eine schärfere Rallye auszulösen. Hier mein Kursziel, wenn es, ich sage jetzt mal, einigermaßen standesgemäß abläuft, wenn es technisch sauber abläuft, 18.500 bis 18.200, dann muss hier ein Support gefunden werden. Dann kann es hier zu einer Konsolidierung kommen, gerne auch nochmal zu einer Rallye an den Downtrend, möglicherweise dann hier ein Doppelboden. Und dieser Breakout aus den 18.500 zusammen mit diesem Abwärtstrend und vor allen Dingen, wenn wir dann sehen, der Hang Seng steigt uns wieder über 19.000, hat der hier sehr schönes Upside-Potenzial in dem Bereich zwischen 20.200 bis 20.900 im weiteren Verlauf, aber auch übergeordnet an die Nackenzone von dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation bei 22.500. Und das würde diesen chinesischen Tech-Aktien extrem in die Karten spielen, die hätten dann prozentual fantastische Upside, da werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen einige Aktien in den Videos behandeln. Habt das mal auf dem Zettel, Hang Seng Index nahezu überverkauft, hier kann noch Blödsinn passieren, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass hier noch ein Fakedown passiert unter dieses Level, aber übergeordnet bin ich aktuell sehr, sehr bullisch auf chinesische Aktien, solange sie dieses Level von 18.000 Punkten im Hang Seng Index verteidigen können. Wir kommen zum Bitcoin und der Bitcoin ist aktuell in einer Range, der hat jetzt seit vier Tagen ein bisschen Momentum gefunden, seit vergangenen Donnerstag sehen wir hier eine schöne Aufwärtsbewegung, gekauft wurde der Support, über den wir gesprochen haben bei der letzten Bitcoin-Analyse hier im Bereich um 25.800 Punkte, das sieht nicht schlecht aus für den Moment, dass wir auf dem Zettel haben, dass wir jetzt hier auch bereits von den Tiefs wieder 6% entfernt sind. Du bist jetzt hier aber in der lokalen Widerstandszone angekommen bei 27.500 Punkte, aktuell für mich hier keine frischen Long-Einstiege auf diesem Level. Was ich wenn dann sehen müsste, wäre ein Bitcoin, der hier wirklich mit Volumen und Dampf, das kann er, das muss er uns zeigen, ausbrechen kann. Du brauchst hier die Bestätigung, dass wir nicht im Rahmen sind eines Backtests, der Nackenlinie, dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation, denn ansonsten sehen wir den Bitcoin hier im Bereich der 200-Tage-Linie, hier würde ich dann aber nochmal eine aggressive Position aufbauen. Bitcoin aktuell für mich beobachten, neutral, das kann hier definitiv sich nach oben auflösen, Kurse über 28.200 halte ich dann für sehr bullish in dem Bereich der 30.000, hier muss man dann wieder ganz genau hinschauen, Breakout 30.000, Kursziel 36.000, 37.000, aber hier nach wie vor so ein bisschen angezogene Handbremse, denn diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Breakdown durch die Nackenlinie, jetzt hier eben potenziell der Backtest als Widerstand. Wenn die Indizes nachgeben sollten kommende Woche, sehen wir möglicherweise hier eben auch nochmal eine Korrektur beim Bitcoin um bis zu 13% und wenn du siehst, der Bitcoin bricht hier wirklich schön aus über die 28.200, das wären hier circa 4% vom aktuellen Level, dann hat der nach oben alles zwischen 6, 10 und möglicherweise deutlich mehr Upside. Abschließend möchte ich das heutige Marktbriefing gerne mit einem Fazit, Einzelaktien findest du im heutigen Video nicht, da möchte ich dich sehr gerne auf das Watchlist-Video von gestern verweisen, dort haben wir über Stoneco, PayPal und Palantir gesprochen, meines Erachtens drei Aktien, die aktuell durchaus spannend sind und am Freitag bei der Marktanalyse haben wir mal ganz genau auf die verschiedenen Big-Tech-Aktien geschaut, wo die aktuell stehen, wie viel Potenzial da noch da ist und dass eben die teilweise stark überkauft sind und das ist eben auch das Motto für das Fazit, was ich heute ziehen möchte und indem ich insbesondere darauf eingehen möchte, dass der Markt aktuell gerade in diesem Bereich, der so gut läuft, die Big-Techs derzeit stark überkauft ist, dass wir aber in diesen Einzelaktien und auch beim Index, nicht beim Fang-Index und auch nicht beim Nasdaq aktuell bereits ein Reversal-Pattern sehen, wir haben noch kein Doppeltop gesehen, wir sehen auch keine Schulter-Kopf-Schulter-Formationen, nichts was darauf hindeutet, dass wir jetzt und hier das Top sehen und meines Erachtens vor allen Dingen für Short-Einstiege, die spekulativ sind, also mit denen du nicht Optionen bzw. Positionen, die du hast, absicherst, das ist sicherlich legitim, wenn man aktuell extrem stark positioniert ist in diesem Bereich, auf guten Gewinnen sitzt und man möchte die Aktien aber nicht verkaufen, kann man definitiv sagen, ab hier hedge ich mich ein bisschen ab, wenn die Märkte jetzt fallen, gewinne ich mit meinen Short-Positionen das Geld, was meine Long-Positionen verlieren, das ist definitiv legitim, aber bitte nicht spekulativ Short gehen, bis wir nicht einen eindeutigen Trigger vom Markt bekommen, das an diesen durchaus neuralgischen Levels, die sehr, sehr gut geeignet sind für Gewinnmitnahmen, wenn wir hier Verkaufssignale bekommen und Doppeltop bekommen, seid ihr auf diesem Kanal die allerersten, die es erfahren, denn ich habe durchaus auch Interesse, wenn es mir der Markt anbietet, hier einen schönen Short-Einstieg zu finden. Und auf der anderen Seite möchte ich dich ganz klar darum bitten, jetzt keine FOMO zu haben, das ist meines Erachtens im aktuellen Marktumfeld das schlechteste, was man tun kann, denn potenziell sind wir wirklich an einem Top hier angekommen, wenn die Märkte ausbrechen, dann brechen sie meines Erachtens in einen Bullenmarkt aus und dann muss auch über kurz oder lang die Marktbreite anspringen und dann haben wir eine ganze Watchlist an Aktien, die deutliches, ich sage es ganz bewusst deutlichstes Aufholpotenzial haben und wenn wir jetzt hier einen Top sehen aktuell, dann stehen wir möglicherweise vor einer schärferen Korrektur, wo dann übergeordnet die Karten ohnehin neu gemischt werden. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast, schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du die Möglichkeit Mitglied zu werden bei 10xTrading, dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit über 300 Mitgliedern austauschen kannst und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.